Meine Must-Have-Gameplay-Mods in Sims 4 Part 1 Der Functional Muffin Maker von Around the Sims Bei diesem Gerät könnt ihr aus zahlreichen Muffin- bzw. Cupcake-Sorten auswählen, die euer Sim zubereiten kann. Damit es funktioniert, braucht ihr die Erweiterungen an die Arbeit und Küchenaccessoires. Ich finde das so praktisch, weil ihr dadurch nicht mehr diese riesige Cupcake-Maschine aus dem Spiel braucht und dieses Gerät hat wirklich in jeder Küche Platz. Die Cupcakes können sich auch echt sehen lassen, oder? Folgt mir gerne für Part 2! Bis zum nächsten Mal!